Haben Sie einen Supermarkt mit hilfsbereiten Mitarbeitern? Oder ein Textilgeschäft, das jeder betreten kann? Gut aufgehoben, so möchten sich Ihre Kunden bei Ihnen fühlen. Deswegen sollte Ihr Geschäft gewisse Bedingungen erfüllen. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sich um Sie sorgen und optimale Rahmenbedingungen für einen angenehmen Einkauf schaffen. Mit der Zertifizierung Generationenfreundliches Einkaufen können Sie nach außen hin für ein komfortables Einkaufserlebnis werben. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Sie kontaktieren uns. Wir schicken einen geschulten Prüfer vorbei. Anhand eines Fragebogens checkt dieser die Einkaufsbedingungen wie Zugänglichkeit, Beschilderung, Service etc. Der Fragebogen wird zur Auswertung an unsere Hauptzentrale nach Berlin geschickt. Dort wird ermittelt, ob Sie das Zertifikat direkt im ersten Schritt bekommen oder Sie Ihr Geschäft noch nachbessern können. Sollte das der Fall sein, stehen wir Ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite und verhelfen Ihnen zu Ihrer Auszeichnung. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung inklusive der festlichen Übergabe Ihres Zertifikats. Signalisieren Sie Ihren Kunden, dass Sie sich um Ihren Einkaufskomfort kümmern. Denn nur so bleiben Sie Ihnen treu. Interessiert? Kommen Sie auf uns zu!